Ich habe mir immer die Schuld gegeben. Hätte ich das damals nicht zu ihr gesagt, dann wäre Asna nicht in dieser grausamen Welt eingesperrt worden. Leb wohl. Asna. Hergehört! Heute schaffen wir es endlich auf Ebene 5! Manche Dinge muss man eben langsam handeln. Am liebsten würde ich sie so gegeneinander aufhetzen, dass sie sich sofort an die Gurke gehen. Sie sollen einander töten? Was bringt Ihnen das alles? Ich verstehe es einfach nicht. Inzwischen gehören die Raids schon zur Normalität. Deshalb muss es auch mal eine Verschnaufpause geben. Nein. Ich habe das Gefühl, dass uns das Spiel kalt erwischen wird. Ago! Ich habe genug gehört. Ich kann das nicht stillschweigend hinnehmen. Wenn du das tust, gibt es Krieg zwischen unseren Gängen. Irgendwann werden die Spiele anfangen, sich gegenseitig umzubringen. Es geht los! Ich will nicht, dass wir die Tausenden von Spielern hintergehen, die auf den unteren Ebenen auf ihre Befreiung warten. Alles ist anders. Ich will nicht. Untertitelung des ZDF, 2020